...und dann kommen die Ziele aus. Moin lieber Jürgen, schön, dass du auch mal in der Lampe bist. Vor allem, weil ich die bestellt habe. Heute Abend sind wir leider etwas Ersatz geschwägt. Wiat ist ausgefallen, der hat Zucker und wir haben Zimt und dafür spielt HP heute Abend und nur Kohle für Weihnachten kriegen. Yes, ja! Mir ist Thorsten, heute labern. Ich hab mir früher Bälle in den Mund. Was macht ihr denn heute Abend? Das wissen wir noch nicht, was wir machen. Wir lassen uns selber überraschen. Wir spielen irgendwelche Lieder, die wir nicht kennen. Und ein paar neue. Wir sehen uns heute das erste Mal zusammen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Aber die Frikadelle war schon mal klasse. Das ist unsere Gage, ja. Ja, du musst auch noch was her. Also ich bin nervös wie Sau. Ich bin nervös wie Hund, weil ich weiß überhaupt nicht, was mich heute Abend hier erwartet. Und das erste Mal, dass ich mit den Chaoten so zusammenspiel. Und ich lass mich einfach mal überraschen, was passiert. Das ist unser Tag. Wohooo! Baby Very good! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017